Und damit ein herzliches Herzlich Willkommen und hallo zu einem weiterbauen Let's Play Final Fantasy XIV Reign Reborn. Die Musik ist hier mal derma geil. Beim letzten Mal haben wir uns hier in das Lager Sagen geschlagen. Dort wollten sie einen Gott Leviathan bespüren. Und einer der Leviathane hat ebenfalls die Kraft des Transidierenden, ist also von Körper zu Körper gewandelt. Das ist sehr gruselig, weil das ist ja wirklich im Endeffekt die Kraft der Aschians. Und nun können wir uns auch langsam lenken, wie so... Diese gemeint haben, wir sind nicht sterblich, wir haben ein anderes Wesen wie hier. Das kommt langsam so raus. Und das ist das, was wir hier Angst haben müssen. Denn im Endeffekt ist das die Wartekraft des Transidierenden, von Körper auf Körper zu warten. Dass eben nur die Seele hier befreit ist, oder? Medifilia? Wir haben doch nur einen Augenblick früher eingetroffen. Vielleicht hätten wir Leviathansbeschwörung noch verhindern können. Wir müssen jetzt alles dran setzen, ihn so schnell wie möglich unständig zu machen. Danke, dass man auf einmal mega bad ist. Ist toller Kopfweh gehabt. Und nun, was machen wir? Es kann nicht anders sein. Er will es uns heimzahlen. Er will unsere gesamte Stadt mit einer Fluchwelle von Wilbrand hinweg waschen. Das darf einfach nicht geschehen. Das lasse ich nicht zu. Nicht so lange dieser Stadt statt in meiner Obhut ist. Die richtige Einstellung. Die Lage ist ernst, aber wir müssen einen coolen Kopf bewahren. Unser Gegner ist weit draußen auf offener See. Wir kommen nicht an ihn heran. Ich werde nach Limsa zurückkehren und die Situation überdenken. Kommt dann zu mir auf die Abmieralsbrücke. Ich möchte euch bei der Planung des Manövers dabei haben. Ja, lasst mich alle. Ja, lasst mich alle in Ruhe. Ja, gut. Kein Problem, kein Problem. Ich bin der dumme MC Muffix. Mit dem kann man es ja machen. Okay, lasst mich hier so mitten im Feindgebiet. Da sind alle 50er Gegner. Diese fetten Ballistas sind klar. Nö, nö, mich kann man da ruhig stehen lassen. Nö, ist ja nicht wichtig. Ich bin ja nicht irgendwie hält des Lichts oder so. Ist klar, ist klar. Also, warpen wir, wenn es uns erlaubt ist, hoffentlich nach Limsa zurück. So. Da haben wir auch noch mal diese depressive Musik. Dafür fühlen wir uns gleich wieder viel besser. Ha! Ganz Stress fällt gleich weg, wenn man eine positivere Musik hat. So. Santanel. Merring mich bitte zu deiner Chefin. Und dann schauen wir mal, liebe Leute. Aber die Katze muss ich echt mal hier sehr lupen. Das sah echt richtig gut aus. Diese riesige Seeschlange. Die Göttin hier, sie sind wahrhaft wie furchteinflößend. Die Prima des Wassers in seinem Element zu bekämpfen, kann nicht gut gehen. Da hast du leider recht. Wirklich, vielen Dank. Man sollte immer einen Dolch dabei haben. Und das war er. Gute Einstellung. Jenseits des Süddams, im westlichen Lanoszea, befand sich einst eine Siedlung. Sie hieß Halbstein. Den ersten Angriff Leviathans überstanden wir dank der mutigen Kämpfer des Heeres der Helden. Der Mahlstrom hatte sich zu dieser Zeit ja noch gar nicht formiert. Doch als der Prima je nach der siebten Katastrophe aufs Neue beschworen wurde und in rasendem Zorn die Wogen himmelhoch aufpeitschte, wurde in Halbstein alles dem Erdboden gleichgemacht. Die Fluten wuschen den fruchtbaren Boden hinfort. Zurück blieb nur Fels und Geröll. Dort haben sich nun die Sahagin niedergelassen. Ganz recht. Die glitschigen Gesellen haben dort einen Leichplatz im großen Stil errichtet. In Anbetracht der großen Zahl von Kristallen, die als Opfer für Leviathan gestohlen wurden, und der Schar von Besessenen in dem Gebiet, können wir wohl davon ausgehen, dass der Primae so stark ist wie nie zuvor. Diesmal würde er nicht bei einem kleinen Gebiet wie Halbstein Halt machen, sondern ganz Limsalominsa mit einer Flutwelle wegspülen. Die Seeschlange muss gehäutet werden. Um jeden Preis. Keine Einwände, Admiral. Doch wie sollen wir das anstellen? Die See ist Leviathans Revier. Die Ablenkungsflotte versank, bevor sie sich ihm auch nur auf 100 Yalmen nähern konnte. Und ihre Geschosse vermochten seine Verteidigung nicht zu durchdringen. Ich habe die Berichte gelesen, Tankred. Für wahr. Wir hätten ihn mit Ausflugsbooten angreifen können, es wäre aufs selbe hinaus gelaufen. Ein tiefschwarzer Tag für den Mahlstrom. Doch es muss eine Möglichkeit geben. Es muss! Das Heer der Helden triumphierte über Leviathan, indem es ihn in eine Bucht lockte. Doch das Wissen darum wird uns nicht nützen. Diesmal müssen wir uns dem Primae auf offener See stellen. Admiral, mit Verlaub. Sprech, Einser. Leviathans stärkste Waffe ist die See selbst. Wellen und Strudel, Gezeiten und Strömungen, über all diese Kräfte gebietet er. Aber der Schlüssel zum Sieg, so denke ich daher, ist es, unseren Feind zu entwaffnen. Genau diese Taktik verhalf ja auch dem Heer der Helden zum Erfolg. Ein zweites Mal wird Leviathan auf denselben Trick nicht hereinfallen. Doch wenn wir das Wasser selbst entkräften könnten? Ich habe von Apparaturen gehört, die zu so etwas imstande sind. Sie sollen mit denaturierten Kristallen funktionieren. Ein solches Gerät könnte verhindern, dass Leviathan das Meer in seiner Allgewalt auf uns hetzt. Er wäre dann nicht gefährlicher als jede andere Seeschlange auch. Aber natürlich. Sid tat doch etwas ganz ähnliches, um die Enterprise sicher durch Garudas Stürme zu manövrieren. Nicht wahr? Mir erzählte ein alter Bekannter davon. Ein Hermetiker auf Wanderschaft. Solange es klappt, ist mir egal, wer die glorreiche Idee hatte. Befrage deinen Freund zum Aufbau der Apparatur und ich werde Naldik und die Melli mit der Konstruktion beauftragen. Eines jedoch möchte ich zu bedenken geben. Das wäre lediglich eine Verteidigungsmaßnahme. Wir brauchen aber auch etwas, um das Mist hier auf den Grund des Meeres zu schicken. Außerdem nehme ich an, dass wir eine gehörige Menge denaturierter Kristalle benötigen, um die erhoffte Wirkung zu erzielen. Nicht einmal unser größtes Schiff wäre in der Lage, mit solch einer schweren Ladung an Bord noch vernünftig zu manövrieren. Vermutlich nicht. Zwei aber vielleicht schon. Darf ich an Rauschebards größten Coup erinnern? Es heißt, er habe zwei Schiffe zusammengetreut, um damit seine Beute in Sicherheit zu bringen. Mit eurer Erlaubnis könnten wir dasselbe versuchen. Ganz sicherlich wäre es schneller, als ein neues Schiff zu bauen. Was du nicht sagst. Ein Trick, der diesem Halunken ähnlich sieht. Du bist wie immer gut über den Piratenkönig informiert, Einser. Man tut, was man kann. Nun, wie auch immer, meinem Verständnis nach werden wir unser Zwillingsschiff mit Leviathan verteuern müssen, um den Apparat ganz nah an ihn heranzubringen. Dieser Vorgang alleine ist schon eine Herausforderung für sich. Wir brauchen genug Geschwindigkeit zum Rammen. Und mit Blick auf die schwere Fracht werden wir dafür ein Zugschiff benötigen. Es ist ein riskantes Unterfangen. Darum melde ich mich freiwillig für das Kommando. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Also gut. Rainer, sammle unverzüglich den Rest unserer Flotte in der Morabi-Bucht. Ich will jeden Kahn dort sehen, der auch nur ansatzweise seetauglich ist. Um Reparaturen kümmern wir uns später. Wenn überhaupt ein Schiff dieses Himmelfahrtskommando übersteht. Du hast das Kommando, Einser. Ei, ei. Und dann muss das Biest ja auch noch besiegt werden. Limsas Schicksal liegt in deinen Händen, Krieger des Lichts. Ist er nicht das erste Mal und wird er nicht das letzte Mal sein. Bis das Doppelraum schon fertiggestellt wird, wird es noch eine Welle dauern. Aber wir haben keine Wahl. So, ein wachherrsiger Plan. Diese riesige Seeschlange, die Götter der See sind wahrhaft furchtentflößend. Auch in meiner Heimat gibt es Gottheiten, die in langen vergangenen Zeiten beschworen wurden. Aber nie sah ich ein solches Wies mit eigenen Augen. Wie verständlich, dass es selbst den Galian vor ihnen graut. Was ist los? Eine dringende Botschaft, Frau Peral. Sprich schon. Die Gelbjacken berichten von einem Mann, der angeblich Leviathan besiegt hat. Er erzählt jedem davon, wie er es zu Wege gebracht hat. Aha. Wir reden von dem Prima Leviathan. War der Mann etwa vom Heer der Helden? Nein, davon ist uns nichts bekannt. Und wir haben schon Leute hingeschickt, damit sie die Sache nachgehen. Das kann ein Hochstapler sein. Aber unter den gegebenen Umständen... Maxi Dragen, falls die Geschichte des Mannes wirklich stimmen sollte, kann er uns um es halbe Informationen zu Leviathan liefern. Da die Konstruktion des Doppelumstands ohnehin noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bitte ich dich in der Zwischenzeit, diesem Gerücht nachzugehen. Verstanden. Wenn du dich meine Soldaten zurückrufen soll und die Angelegenheit in deine Hände legen. Der Mann soll sich im Windpark Grau Flotte unter Nanosca bieten. Okay. Ja. Ist das wieder der eine Typ, der hier schon gesagt hat, der Titanen besiegt, oder? Das wäre ja nicht das erste Mal. Limser laufen nur mit die größten Champions der Welt rum. So, ähm... Ähm... Warpen. Überwarpen. Äh, ich habe ja letztens ein, zwei Raids, habe ich ja gesagt. Und Leute, also... Das ist wirklich, was du da Geld verdienst, das... Das lohnt sich wirklich. Jawohl, ne, ich nehme es zurück. Ach, das ist... Ne, warte. Ne, 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 schau an, das Gebiet. Okay, gut, ich dachte, dass wir jetzt einfach unterlemmen sind, wo wir uns hingewoppt haben. Dann hätte es sich nicht ganz gelohnt. Aber ansonsten, wie gesagt, du bist halt echt schnell da und sparst dir so viel Zeit und Ärger. Also, haben sie schon. Und ne, man kann meinen Torgel aufhalten. Ne, man. Wuii. Ich würde sagen, wir machen einfach Sturzflug auf Libertar mit Torgel. Denn niemand. Niemand. Traut sich in einen offenen Kampf mit Torgel. Bin mir ganz sicher. So, wenn der uns hier, äh, ankommen sieht, dann bin ich sicher, wird es dem ähnlich gehen. So, wo bist du? Gockelburg. Ja, Leute. Ne. Doch, das ist genau... Ja, genau das ist... Jetzt wird wieder der eine Schwabler sein. Wird eins zu eins derselbe sein. So, der grüne, oder? Ne. Trachtraum, das war der. Preise dir der Helden. Der große Trachtraum noch dazu. Ich hab's ja alle platt gemacht. Die Fritka, Durra und Bau. Ja, okay. Es war mir schon wieder klar, dass der das ist. Nein, nein, keine Fallen aussehen, Kamerad. Ohne Hälfte hätte keine Legende, hab ich gesagt. Aber mein Herr, ihr versteht nicht. Es ist äußerst dringend. Ab mir nur noch ein Mavic und überhaupt die ganze Welt ist auf euch. Und, äh, außerdem, hab ich, äh, noch die Orangenbäume entlaust. Wie ihr gesagt habt, oder nicht? Oh, der Herr hat die Orangenbäume entlaust, für mich etwa. Damit hab ich rein gar nichts zu tun. Es war ein Dienst an der Natur. Aber jetzt rede ich über Mavic, also es ist was ähnliches wie dich. Diese Sackzinenbehältnisse pulversierenden Getreides müssen von Punkt A genannt werden, Windmühle Nummer 3 zu Punkt B genannt werden. Lager transportiert werden. Vermittelt seit einer leider nur andersweise vorhandenen, aber doch wahrscheinlich ausreichenden Muskelkraft. Und dieses Stichwort Muskelkraft bringt mich auf eine Wenigkeit, auf den furchtbaren, den Graf von Lametan. Ja, und ich, das war ein Kampf legendär, sag ich dir. Legendär. Stark war der, viel stärker als der Gigant und gar nichts vergleichbar mit Ingrid. Ingrid! Ein Schau gestürzt, dass du diese explizite Geschichte einfach so hören willst, ohne die angemessene Gegenleistung. Lieber dran, dieses Ungeteuer, hat er mir, hat er es mir aufgepeitscht, dass es ein Fest war. Gisch schäumt er aus seinem Maul wie Flocken auf den Schnee. Richtig, äh, poetisch. Aber wer war da? Ich, Trachtum, wer da? Der größte aller Helden im Heer der Helden. Ich hab den Mist für jede Schuppe einzeln ausgeschnitten. Jawohl. Am Ende waren wir sowas wie Freunde, Mariatan und ich. Diese Beziehung zwischen eben mit den Gegnern, weißt du, wenn man sich Auge ins Auge gegenübersteht. Na, sowas kann einem Beamten-Dödel wie du gar nicht begreifen. Hallo. Oh, die Schuhe hier? Bitte vergib mir, es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe mich hier in der Alt versetzt, wie das damals gewesen sein muss, als das Heer der Helden im Labretan gegenüberstand. Also, das, äh, echte Heer der Helden, meine ich. Nicht dich, ja. Muss keine Mehlsäcke tragen. Aber eins will ich dir sagen. Es ist nicht alles leeres Geschwätz, was ich erzähle. Ich hab den Kampf damals tatsächlich gesehen mit eigenen Augen. Ich hatte gerade frei. Also, äh, mir freigenommen. Du verstehst. Proxys sind verladen an einen so schönen Ort. Also, das wäre ja doch, äh, naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich vom Ufer aus alles mitgesehen. Das Meer toste und eine unglaublich riesige Seeschlange tauchte auf. Das war Libertan. Er hat das aufgebote Marine herumgeschleudert, wie Spielzeugschiffchen. Und der Wind drückt das Geschrei und den Knallen der Kanonen, äh, zu mir ran. Ich dachte, Trachtum, jetzt hat er letzte Stündlein geschlagen. Moment. Wenn ausgerechnet du hier bist, um ausgerechnet nach Labretan zu fragen, dann wirst du ihn wohl erledigen. Da pass mal lieber auf, mein Freund. Das ist ein ganz fieses Ungeheuer, ohne die geringste Übertreibung. Du kannst mir ausnahmsweise glauben. Ich fasse es nicht. Ich habe mich für ein wichtiger abgerackert, für nichts und wieder nichts. Das wird folgen, mein Lieber. Der mit seinen blöden, kurzen, grünen Hosen. Hallo, ich bin's, Mühefieler. Hast du den Bezwinger von Libertan ausfindig gemacht? Was? Trachtum? Na, das hätten wir uns doch denken können. Ja, doch stattdessen halt die echten Kämpfer vom Heer der Helden gesucht hätten. Tut mir leid, dass du dich so bemüht hast. Die gute Nachricht ist, dass das Zappelraumschiff fertig ist. Es liegt in den Morabi-Trockendogs und ist bereit zum Auslaufen. Am besten ist, wenn du gleich dort hinkommst. Mhm. Trachtum. Ich habe ja fast damit gerechnet. Flügtorge! Mir gefällt es so, dass die fliegen können. Das ist so eine coole Sache. Ich sage ja, ich werde mich nie wieder dran gewöhnen können. Es ist ja immer so, dass man erst die Hauptstory, denk mal, in jedem Gebiet abschließen muss, damit man wieder das Fliegen freischaut. Und wenn ich dann im nächsten Gebiet bin, ich werde das nicht hinbekommen, Leute. Ich kann nur fliegen, liebe Leute. Oder Surfen. Surfen ist auch geil. Tun wir gerade Torgel ertränken? Möglich. Aber Torgel ist unbesiegbar! Mir macht das eigentlich nur mehr Sorgen, dass wir jetzt wieder so einen blöden Raid haben müssen. Und ich erst wieder warten muss, bis ich da Party zum finde. Das gefällt mir gar nicht so gut. Sonst müsst ihr doch irgendwann mal Leute anschreiben, dass das spielen. Aber das ist nervig, weil da müssen wir sie absprechen. Nö. Ich vertraue, dass irgendwelche random Leute mal irgendwann aufhören. Ja, schau dir an. Das ist schon mal einer, der ihm verspielen will. Min4 hat mir gesagt, dass wir einen Schaumschläger aufgesessen sind. Wir müssen uns wohl auf eigene Kraft verlassen. Immerhin hattest du noch etwas Zerstreuung von der großen Schlacht. Wenn du bereit bist, zack mal an Bord. Wir sind fertig zum Aufbruch. Dann lasst uns aufbrechen. Ein Krieger des Lichts an Bord und ein Primae Feuer der Küste. Sehen wir mal, ob wir euch beides zusammenbringen können. Der Wogenbrecher sieht vielleicht nicht besonders schnittig aus, aber wenn er mit Hilfe des Zugschüsss erstmal Fahrer aufgenommen habe, wirst du sicher gefallen. Die Doppelkrumpfkonstruktion trägt die Last der denotilierenden Kristalle anstandslos und hält den Elementarumwanderer stabil. Ich hoffe nur, dass er so funktioniert, wie wir es auch denken. Wir ziehen die Plattform mit den Umwandlern in die Wettansnähe. Dann bist du auf dich selbst gestellt. Du musst dich auf ein völlig ungetestetes Gerät, ein paar Kanonen und deine eigene Kräfte verlassen. Wir haben keine guten Karten, aber passen können wir auf keinen Fall. Die Sahagin werden unserer Manövern nicht so untätig zusehen. Tankrat und Yistalla würde zusammen mit der Infanterie des Maßstums dafür sorgen, dass die Sahagin und die anderen von Levitans Besessenen uns nicht in die Quere kommen. Tja, ein Ablenkungsmenü war also. Bitte lasst mich ja auch mitgehen. Ja, das kann ich schaden. Wer weiß, welche Tricks aus dem Osten Yogyri noch höher zu bieten hat. Tankrat und Yistalla sollten sich der dritten Kompanie anschließen. Yogyri der fünften. Die kommende Schlacht wird auf offener See stattfinden. Ich weiß, dass du mit solchen Bedingungen nicht vertraut bist, aber keiner von meinen Leuten kann im Kampf gegen den Prima das Wasser reichen. Wenn du Levitan nicht besiegst, dann sonst keiner. Bitte pass auf dich auf und möge der Okas Zeltes schützen. Götterdämmerung. Levitano zugänglich. Ja, wieder Götterdämmerung. Das ist wieder sehr schlecht. So. Der macht das definitiv auch. Aber okay. Da werden wir jetzt erstmal warten müssen Wieder bis wir Bis ich das freischaltet Aber das ist auch nicht allzu schlimm Denn Übrigens ich hab mal was hier gefunden Im Menü Kampfmaschine in Kennschlüssel Das heißt Die MagiTab Kampfmaschine Und jetzt glaube ich Muss ich echt toggle mal auswechseln Leute Es ist der Final Fantasy 6 Soundtrack Es ist der verkackte Final Fantasy 6 Soundtrack Der March to North oder so heißt der To Narsch Der March to North Genau so war das ja Oh Leute So schön Müssen wir echt Das unsere neuen Favoriten Leider hier Klassifizieren Tut mir leid Togel So Als Favoriten In Kommando Liste abpacken Jo So Und Während wir jetzt hier natürlich Darauf warten Hier seht man Inventar wird jetzt langsam hier fort Voll Das ist mega kacke Ich hab jetzt noch 6-7 Plätze Das war jetzt Weil ich mit dem Crafter angefangen hab Ja Ich denke Ich werde jetzt mir doch Ich wollte ja eigentlich Zumindest ein 7 Sword abschließen Bis ich Mal mir die Hauptversion des Spiels kaufe Aber ich denke Ich werde schon beim nächsten Sale Werde ich irgendwo mal zuschlagen Aber Der wird wahrscheinlich jetzt erstmal einige Zeit dauern Weil jetzt ist ja gerade der neue DLC gekommen Sehen wir schon Zack Rein Nun In den Sonnenwind Und wir könnten auf jeden Fall noch die Mission Also ich hoffe Dass wir sie hier annehmen können Mit dem nächsten Prima annehmen Jo Hab ich mir fast gedacht Jo Toller Was tust du denn hier Wrong yeah Mein Freund Bitte höre mich an Mich erreichen Omniösige Neuigkeiten aus Gedania Ein gottgleiches Wesen Soll durch den Finsterwald streifen Einige munkeln gar Es könnte ein neuer Prima sein Diejenigen Die ihn schon mal vor Angesicht Ergesehen Und die Begegnung überlebt haben Schworen Dass es nichts Vergleichbares auf der Welt gibt Das Klagerement geht Einer Sache bereits nach Und Levin würde dir Helfende Hand Eines Abenteuers sicher zu schätzen wissen Bitte gib dich zum Kommand Du Zimmer von Nofikascha Und hilf uns Diese Angelegenheit zu klären Oh rangeh, der dich doch nicht weg von mir Oh Titan Cool Also hat man Ach hat man Titan noch nicht Max ich wünschte Ich könnte dir sagen Dass Titan Ein vor allem mal beseitigt ist Aber es scheint Das würde er tatsächlich Wieder beschworen werden Der Gotterkobelde ist wieder da Und wir müssen darauf gefasst sein Dass er noch viel stärker Als beim letzten Mal ist Als du ihn besiegt hast Sitzanweise sah Kurz danach aus Als hätten die Kobelde Nicht die Mittel Aber die Absicht Die Tat erneut zu beschweren Aber meine weitere Messungen Haben gezeigt Dass es ein Ertum war Die Kobelde waren uns Geschickt Äh getäuscht Im Verborgenen Haben sie eine Riesenmenge An Kristallen geordnet Wir hätten wissen müssen Denn durch diese Minen Haben sie Zugriff auf eine große Menge Und auch ein ideales Verzweigtes Versteck In das Wir keinen Einblick haben Bisher nahmen wir an Dass Garuda Die furchtbarste Gegnerin sei Aber wenn meine Begegnung Auf Grundlage der angemessenen Elternstimme stimmen Wird der Kampf gegen Titan Sogar noch härter Als der gegen Ifrit Du weißt ja Wodurch die Kräfte Eines prima bestimmt Aus der Menge der Kristalle Die ihm dargebracht werden Und aus der fanatischen Ingabe seiner Anhänger Letzteres ist schwer zu messen Aber ich werde trotzdem Versuchen zu berechnen Worauf du dich gefasst machen musst Verzeih mir übrigens Dass ich es ausgegeben nehme Dass du dich um den Kampf stellst Wir haben auch bereits Ein Bitschreiben Des Maßstums erhalten Dass du dich angelegen hat Übernimmst Leider wird es diesmal Nicht zu einfach Zutritt zum Titans Heiligtum Zu halten Der Eterid Den du letztes Mal benutzt hast Wurde in der Zwischenzeit Zerstört Aber dafür hat der Marsch Dürmer einen anderen Weg gefunden Am besten sprichst du mit Großkommandant Rakasha Rikshi Im Flottenkommando Er ist wahrscheinlich nicht nötig Dich darauf hinzuweisen Aber Titan ist Unvergleichlich stark geworden Bereite dich gewiss noch vor Ja 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 Ich gehe jetzt erstmal nach Neugretanen Bevor irgendwas anders läuft Oh schau ich an Wir sind schon zwei Lancers Ha Äh zwei DPS Also wer weiß Die Spannung steigt Dass wir Vielleicht diesmal keine halbe Stunde brauchen Oder 80 Minuten Also Vergaruda Ich weiß nicht Also wenn ich es insgesamt zusammenrechne Und verandert Ja mehr Ne 90 Minuten Alter Alle Wollte Reign Ja dann mach schon mal den richtigen Sag ja Also man merkt definitiv Dass Seit Beginn des Deals Einige Wieder angefangen haben zu spielen Merkt man so ganz unterschwellig So Mirai Läuft's auf Level 3 Ich zeig dir mal wie man läuft So läuft der Amp Läuft's im Maffik So und frag mich bloß nicht Ob ich dem Bogenschützen beitreten will Ganz sicher nicht Maxi Mir ist dann einiges von deinen jüngsten Taten zu angekommen Du möchtest uns bei den Nachforschungen Bezüglich dieses Prima Oder was auch immer dieses Wesen sein mag Unter die Arme greifen Deine Felsor ist es willkommen Gut Werden wir selbstverständlich machen Aber nicht jetzt Denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Garten Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play Final Fantasy 14 Und ich würde sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao